Yo, yo, darf ich dir mal kurz was ins Ohr rappen, Mann? Er ist der Checker von Bel Air! Baby, stilotypier doch mal deine Telefonnummer. Ein anderes Wort mit neun Buchstaben für unglaublich. Will Smith? Oh mein Gott. Carlton, was wächst dir da Schreckliches aus dem Hals? Was? Was? Es ist nur dein Kopf. Der Prinz von Bel Air. Montag bis Freitag, 21.10 Uhr auf Comedy Central. Hat schon seine Vorteile fürs Fernsehen zu arbeiten.